Die beiziehen sich recht krass zurück, wie witzig ist das denn? Die haben auch übelst Verluste. Jo, wir schnappen uns die Schweine gerade mit den Kanonen. Leute, wir haben Katapult hier drin im Thronsaal. Neu. Meins sind damals kaputt gegangen und jeder hat mich so angeguckt, als hätte ich das wissen müssen. 5 Millionen. Jo, Tore halten noch. 4 Millionen. Machen die Kanonen überhaupt damage gegen andere Spiele? Doch, ja. Also wenigstens die Snapper anlegen. 2 Millionen. 1, 5. 1 Millionen. 1 Millionen. 1 Millionen. Neues Katapult am Start. Oh. Nein, ich wurde gekickt. Oh, nee. Sieg. Oh. Oh. Da hab ich bestimmt keine Ehren. Also zumindest steht bei mir, dass du 250 bekommen hast. єM不是虽 voice OK,但是我也asta�도 Und was war das? War dann wieder Andrea發 agriculture? Es gab auch lange noch die Kcciones Kykai. Und was war denn das? Ich kann mir jetzt schon einen Tag kaufen, äh ne, zwei fehlen mir, oah. Wie viel bei dir noch? 100 oder so. 97. 97. 98. 98. 95. 97. 98. 95. Меня sagen, es muss nicht sterben, denn ich will den so guter Tänk sitzen. 83. 84. 84. 85. 86. 85. 87. Das war's für heute. Ich muss mehr Energie trinken. Achso. Gehen wir zur Flange? Mhm. Ich komme wieder. Keine Frage. Ja. 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 der Welt abgehen war wohl Boah, es gibt mir die Flaufe. Rogue hat mich gesappt. Und verwirrt und stuff. Oh, ich habe Sprint bekommen. Und zappt. Ach, sehr schock. Erschreckt. Wie heißt es denn? Hast du dich geschraubt? Haben wir den Punkt? Ja. Versuchen, beim Umflecken kurz zu helfen. Ja. Oh, überall sind Rogues. Überall auf dem Feld. Jetzt bestimmt nur ein Rogue, aber ist okay. Das macht ja noch schön. Was ist raus? Wie viele? Hier ist der Rogue. Okay, mal aufkendte Verstärkung mal hier. My god. Psylaborin mäßig, ne? Ja, das ist total confusing. Psylaborin mäßig. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Gib sie doch. Warte. Achso, okay. Das ist voll richtig. Oh, was für ein fucking dummer Priest. Oh Gott. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie fucking dumm kann ein Spieler sein. Und wenn sich jetzt jemand fragt, warum das Insta rauskam, oder? Ich habe sowas befürchtet. Ne, eigentlich nicht. Sowas hätte ich mal niemals gerechnet. Das ist eigentlich schon ein Fall. Oh. 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 Zeit und das Stuff Ach Krieg dem Ah! Haha! was passiert wer die flagge hä? lobt niemand? na egal wie ich immer wieder reinlaufe da ist die flagge nein nicht hielen ja 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 immer wieder angst runtergeführt zu werden aber simultane würde mich gerade bersten ich bin Affe warum Affe warum I got aped. I got forked. Nein, ich könnte euch nicht hin. Eigentlich schon, ich hätte noch Hand auflegen machen können. Macht nichts, wir haben die Flagge, das ist schon mal gut. Wie darf vier einen dann noch so unverschämt in eine andere Richtung gucken lassen? Das ist schon mal gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Hat er dich runtergeschmissen? Ja, ja. Hat er dich runtergegangen? Weißt du... Dann hielt er sich, wäre fast tot gewesen. Wollte sich heilen, habe ich unterbrochen. Dann nimmt er seinen Schattenbaum... Tech Tree. Jetzt gebe ich Charlie, die ihn zu Starcraft. Oh, ich hatte heute so einen neuen TVT-Match. Oh, und tschüss. Ich tschüss, ich tschüss. Habt ihr auch? Ähm, ich wurde vom Schamane runtergeschmissen. Na. Das ist keine. Das kann ich manchmal noch mit dem Charge retten. Hab er Gedankenkontor? Keine Chance. TVT, was passiert? Wir waren auf dieser komischen Map. Ähm, wer ist das? Scrap Station. Wie heißt das? Schrottplatz. Ja. Und, ähm... Ich wollte so einen MM-Time-Push mal. Also Marine Marauder mit Stim, ne? Hat auch gut geklappt eigentlich. Er hatte aber schon einen Siege-Tank draußen gehabt in seiner Base. Oh. Und da habe ich gesehen, dass er so ein... So ein Tech-Bild nimmt. Also Barracks, Factory, Starport. Und ich habe viele Marines verloren. Einen blöden Siege-Tank musste mich dann halt zurückziehen. Ein bisschen schwul. Und er hatte dann zwei... War ja auch klasse. Zwei Banshees. Aber es war kein Problem, weil ich es gescoutet hatte. Einen Tower gebaut war kein Problem. Und dann habe ich so eine dumme Aktion gerissen. Ich habe mir meine Expansion halt geholt, als ich gesehen habe, dass er sich ein bisschen einbunkert. Und dann kam er mit Blue Flame Hell ins. Und irgendwie so acht Stück oder so. Die sind voll gegen meinen MMM-Ball zwar gerannt. Ich habe so die Hell vielleicht down gekriegt. Habe die ein bisschen verfolgt. Und dann sind die außen rum gefahren. Und ich wusste nicht, dass da auch so ein Weg frei ist. Und dann habe ich meine ganze Expansion auseinandergenommen. Dann hat er mit so einer Siege-Tank-Armee die ganzen Rocks da kaputt gemacht. Und... Aber ich habe noch gewonnen. Ach, alles. Ich habe mal folgende Einzelheiten. Und zwar einmal werde ich erstmal 4-Gate praktisen, ob ich das perfekt drauf habe. Weil dadurch habe ich so ein allgemeines Timing-Gefühl. Ja, das stimmt. Und den Bild kann ich dann abändern. Dann habe ich mir überlegt, im 2 und 2... Du meinst ja, du kannst mit den Ghosts gut Observer wegsnipen, ne? Und wenn ich Dark Templar habe und du Ghosts, ist es ja totally impossible für ihn, die zu besiegen. Nein, das stimmt.